Willkommen zurück zu Borderlands 3 und einem weiteren Video von mir und heute wird es um die Sirene Amara gehen. Wir werden uns ihre Action Skills anschauen, wir werden uns ihre Action Skill Erweiterungen anschauen und im Skill Tree von Amara gibt es noch was Besonderes, darauf werde ich aber auch gleich eingehen. Und wenn ihr in Zukunft kein Guide und kein Infovideo mehr um Borderlands 3 verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt abonnieren. Und auch hier nochmal den Hinweis, ich streame regelmäßig auf Twitch, schaut mal vorbei, einen Link findet ihr in der Videobeschreibung oder schaut auf Twitch einfach nach Latan, da findet ihr mich dann. Und jetzt legen wir los mit Amara. Wir sind hier schon direkt im Skill Tree von Amara und bevor wir hier auf die Action Skills eingehen und auf die Action Skill Erweiterungen, schauen wir jetzt erstmal hier unten hin und zwar zu ausgerüstete Skills. Und wir sehen, wir haben hier einen Platz für einen Action Skill und wir haben hier einen Platz für eine Action Skill Erweiterung und wir haben hier noch was und da werde ich mal draufklicken und dann lesen wir uns das Ganze mal durch. Wandelt deinen Action Skill zu Schockschaden? Und diese Besonderheit, die finden wir in allen Skill Trees und da werden wir dann eben auch noch im Einzelnen drauf eingehen. Und jetzt schauen wir aber als erstes mal bei Amara in den ersten Action Skill hier oben rein. Phasenprojektion. Amara schickt eine Astralprojektion von sich voraus, die bei allem in ihrem Pfad Schaden verursacht. Abklingzeit sind 28 Sekunden und Schaden sind 92 Sekunden. Und dann schauen wir auch direkt weiter in den nächsten Action Skill. Diese nennt sich Erlösung und zwar Amara schickt eine Astralprojektion von sich voraus, die bei allem in ihrem Pfad Schaden verursacht. Das kennen wir schon von eben, doch jetzt geht es weiter. Immer wenn Amaras Astralprojektion einem Feind oder einem Objekt Schaden zufügt, gibt sie zielsuchende Elementarprojektile ab, die Feinden in der Umgebung Elementareffekt Schaden zufügen. Und zwar haben wir hier eine Abklingzeit von 28 Sekunden, einen Schaden von 86. Und bei den Elementarprojektilen ist es so, dass wir hier 3 pro getroffener Feind an Schaden oben drauf bekommen. Schauen wir also einen Action Skill weiter und der nennt sich jetzt Widerhall und auch hier haben wir das gleiche wie vorher auch. Amara schickt eine Astralprojektion von sich voraus, die bei allem in ihrem Pfad Schaden verursacht. Das ist also die grundsätzliche Anmutung des Spells, dass immer diese Astralprojektion vorausgeschickt wird. Die Astralprojektion verursacht erhöhten Schaden für jeden Feind, der von ihr getroffen wird. Und da haben wir eine Abklingzeit von 30 Sekunden, Schadensbonus plus 50% pro getroffenen Feind und da machen wir 88 Schaden. Und jetzt gehen wir direkt rüber auf die rechte Seite zum letzten Action Skill für diesen Skill Tree. Und hier haben wir jetzt Tantwa, zumindest spreche ich es mal so aus. Ich lasse mich aber an der Stelle gerne korrigieren, ob das irgendwie anders ausgesprochen wird. Naja, auf jeden Fall, Amara schickt eine Astralprojektion von sich voraus, trifft sie ein Ziel, explodiert sie und verursacht Schaden bei allen Feinden in der Nähe. Und zwar haben wir hier eine Abklingzeit von 35 Sekunden und der Schaden beträgt 91. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal in die erste Action Skill Erweiterung. Dieser nennt sich Seelenschwächung, einen Teil allen Schadens, der durch Amaras Action Skill verursacht wird, erhalten sie oder einen Verbündeter in der Nähe als Gesundheit zurück. Und zwar haben wir hier Seelenraub 30% von verursachten Skill Schaden. Und dann gehen wir in die letzte Action Skill Erweiterung und die nennt sich Gedankenstille. Durch Amaras Action Skill getroffene Feinde sind in Facelock, bis sie Schaden erleiden oder die Dauer endet. Die Action Skill Abklingzeit ist jedoch erhöht. Wenn Amara ein Ziel mit Phasenumklammerung anvisiert, sind Feinde in der Nähe des umklammerten Ziels ebenfalls in Facelock. Die maximale Dauer sind 6 Sekunden, die Abklingzeit sind plus 15% und der Schaden ist minus 25%. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal weiter in den nächsten Skill Tree und ich werde mal folgendes tun, denn auch hier haben wir ja ein Action Skill Element. Ich werde jetzt einfach mal irgendwelche Werte hineinkaufen hier in den Skill Tree, ohne dass es Sinn machen muss und werde das Ganze mal austauschen. Ihr seht hier unten hat sich das Ganze jetzt gewandelt und die ganze Sache wandelt Amaras Action Skills zu Brandschaden. Und wenn wir jetzt hier oben reinschauen, da haben wir dann auch gleich den ersten Action Skill. Und hier haben wir jetzt die Phasenumklammerung. Amara lässt eine gigantische Faust aus dem Boden hervorbrechen, die den anvisierten Feind für ein paar Sekunden an Ort und Stelle festhält. Manche Feinde sind immun gegen das Umklammern und erleiden stattdessen sofort Schaden. Skill Dauer sind 7 Sekunden, Abklingzeit sind 16 Sekunden, Schaden bei Umklammerung und Immunität sind 28. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich einen Action Skill weiter. Hier drüben auf der linken Seite Amara lässt eine gigantische Faust aus dem Boden hervorbrechen, die den anvisierten Feind für ein paar Sekunden an Ort und Stelle festhält. Also das kennen wir schon. Im Grunde war es das Gleiche wie vorher auch. Wir haben hier als Grundform dieses Spells diese Faust, die aus dem Boden hervorbricht. Bei dem anderen Skill Tree war es ja diese Astralprojektion, die sie nach vorne schickt. Jetzt geht es hier aber weiter. Und zwar immer, wenn der umklammerte Feind getötet wird, sucht sich eine neue Faust ihr nächstes Ziel und umklammert es. Und hier haben wir Bonusziele bis zu plus 4 und Abklingzeit haben wir 20 Sekunden. Bei Immunität bekommen wir einen Schaden von 28. Und damit gehen wir hier runter zum nächsten Action Skill. Eine Frage der Faust. Auch hier wieder das Gleiche wie vorher. Amara lässt eine gigantische Faust aus dem Boden hervorbrechen, die den anvisierten Feind für ein paar Sekunden an Ort und Stelle festhält. Jetzt geht es weiter. Nach dem Umklammern des anvisierten Feindes erscheinen große Fäuste und schmettern unablässig auf die Umgebung, sodass Feinde in der Nähe Schaden erleiden. Abklingzeit sind 28 Sekunden. Der Schaden beträgt 35 und wenn das Ziel immun ist, bekommt es Schaden für 39. Und damit wechseln wir rüber auf die rechte Seite zum letzten Action Skill für diesen Skill Tree. Ein Bund gegen das Leben. Und auch hier haben wir natürlich Amara lässt eine gigantische Faust aus dem Boden hervorbrechen, die den anvisierten Feind für ein paar Sekunden an Ort und Stelle festhält. Feinde bei einem umklammernden Ziel sind verbunden. Und jeglicher Schaden, der einem verbundenen Ziel zugefügt wird, wird unter allen verbundenen Zielen geteilt. Verbundenen Schaden, 35% von verursachten Schaden. Abklingzeit sind 18 Sekunden. Und wenn das Ziel immun ist, gibt es Schaden von 34. Und damit gehen wir hier in die erste Action Skill Erweiterung und eigentlich auch in die letzte, denn mit diesem Skill Tree gibt es nur eine Action Skill Erweiterung. Amaras Action Skill Erzeugt eine Singularität, die Feinde heranzieht. Action Skills Schaden minus 20%, die Dauer sind 2,5 Sekunden. Wer nicht weiß, was eine Singularität ist, und zwar ist es nichts anderes wie ein schwarzes Loch, was da erzeugt wird. Und da werden eben die Ziele dann hingezogen. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir in den nächsten Skill Tree und schauen uns natürlich auch hier das Action Skill Element an. Das Ganze nennt sich Sauratiger, wandelt Amaras Action Skill zu Korrosionsschaden. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nach hier oben, denn hier haben wir den ersten Action Skill und der nennt sich Phasenschlag. Amara springt in die Luft und schmettert auf den Boden, wobei sie Schaden bei allen Feinden in der Nähe verursacht und sie nach oben wirft. Und hier haben wir eine Abklingzeit von 35 Sekunden und Schaden machen wir 98. Und damit gehen wir hier rüber auf die linke Seite und schauen uns den nächsten Action Skill an. Auch diesmal haben wir wieder einen wunderbaren Namen und zwar nennt sich das Ganze Fraktur. Amara lässt eine Reihe Fäuste aus dem Boden hervorbrechen, die Schaden bei Feinden vor Amara verursachen. Abklingzeit sind diesmal 28 Sekunden und der Schaden beträgt 88. Und damit gehen wir eins tiefer zum nächsten Action Skill. Und jetzt haben wir Untergang. Amara springt in die Luft und schießt kurz einen Elementarstrahl unter sich ab, gefolgt von einem Schmettern. Abklingzeit sind hier 47 Sekunden, der Schaden beträgt 95 und Strahlschadenhammer 14 je Sekunde. Und auch hier wollen wir uns natürlich die Action Skill Erweiterungen anschauen. Und zwar nennt sich das Ganze hier Offenbarung. Wenn Feinde von Amaras Action Skill Schaden erleiden, entsteht eine Nova, die Schaden bei allen Feinden in der Nähe verursacht. Und hier haben wir Action Skill Schaden minus 15 Prozent, Nova Schaden 18 Prozent. Und dann gehen wir hier zur nächsten Action Skill Erweiterung und die nennt sich Glanz. Feinde, die durch Amaras Action Skill Schaden erleiden, werden verwirrt und greifen vorübergehend ihre Verbündeten an. Die Action Skill Abklingzeit wird jedoch erhöht. Visiert Amara einen Feind mit Phasenumklammerung an, werden Feinde in der Nähe des umklammernden Ziels ebenfalls verwirrt. Verwirrung sind 8 Sekunden Abklingzeit, sind plus 20 Prozent und der Schaden beträgt minus 30 Prozent. Und jetzt möchte ich ganz kurz an der Stelle nochmal hier auf die ausgerüsteten Skills eingehen. Denn ich habe ja aus dem vorigen Skill Tree hier diesen Feuerschaden. Wir machen jetzt mal was. Wir investieren einfach mal irgendwo hier Punkte rein, völlig wurscht wo. Hauptsache wir bekommen ein bisschen was freigeschaltet. Und jetzt nehme ich mal hier diesen Action Skill und investiere den rein. Und wir sehen, das geht durchaus. Und damit wird ja dieser Action Skill auch zu Feuer. Denn wir haben ja hier die Sache ausgewählt. Und wenn wir jetzt weitergehen in den nächsten Skill Tree, könnte ich natürlich auch hier nochmal irgendwo Punkte hinein investieren. Auch hier solltet ihr euch auf keinen Fall daran orientieren. Denn ich will einfach nur was zeigen. Und auch hier könnte ich jetzt irgendwas nehmen und in meine Skill Bar hinein investieren. Das heißt also, auch wenn Amara gar nicht mal so wahnsinnig viele Möglichkeiten auf den ersten Blick hat, können wir hier dennoch recht komplexe Builds bauen am Ende. Denn wir können ja hier Feuerschaden nehmen, wir können hier Korrosionsschaden nehmen und so weiter. Wir können hier die verschiedensten Sachen aus den Skill Trees nehmen und entsprechend hier uns einen Build zusammenstellen. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit das Ganze am Ende Sinn macht und was für abgefahrene Builds man hier eventuell für Amara zusammenstellen kann. Müssen wir mal abwarten, wie es dann am Ende im fertigen Spiel ist. Und jetzt würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Haut mir mal rein in die Kommentare, was ihr von Amara haltet. Oder eben von den anderen Helden. Ob ihr Bock habt, Amara zu spielen, würde mich wirklich interessieren. Oder welchen Helden ihr als erstes spielen wollt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in Borderlands 3. Euer Latan.